Guten Morgen aus Marzahn-Hellersdorf, ganz konkret, zumindest virtuell, aus den Gärten der Welt im Herbst 2020. Zu unserem, ich weiß gar nicht wievielten, Unternehmerfrühstück seit 1994. Gibt es dieses Unternehmerfrühstück hier in Marzahn-Hellersdorf, damals durch meinen Kollegen Gregor Gysi und die allseits geschätzte und langjährige Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses in der Bezirksverordnetenversammlung, Prof. Dr. Erika Mayer, erfunden. Seit 2002 darf ich gemeinsam mit OWUS dieses Unternehmerfrühstück hier nicht nur organisieren, sondern auch moderieren. Wir haben heute Herrn Dr. Matthias Kollatz, den Finanzsenator, zu Gast. Bevor wir einsteigen in unsere Debatte, ein paar kleine Hinweise. Das ist das zweite virtuelle Unternehmerfrühstück. Sie wissen, Corona hat uns immer noch im Griff, aber wir haben Möglichkeiten gefunden, miteinander im Austausch zu sein. Wir zeichnen dieses Unternehmerfrühstück auf und werden es wie beim letzten Mal, als wir Pascal Meiser und Carsten Schatz zu Gast hatten, nachträglich auf YouTube, auf meinem Kanal in der Playlist Unternehmerfrühstück einstellen. Das heißt, jeder, der sich im Chat zu Wort meldet, muss wissen, dass er dann mit seinen Fragen auch entsprechend hier benannt wird. Wenn jemand das nicht möchte, dass sein Name hier öffentlich ausgesprochen wird, bitte ich das im Chat kenntlich zu machen. Dieses Unternehmerfrühstück wird wie immer gemeinsam mit OWUS organisiert. Deshalb gebe ich auch gleich an Dr. Rolf Sukowski zur kurzen Begrüßung ab, bevor der Herr Finanzsenator das Wort bekommt. Sie wissen es, traditionell reichen wir eigentlich Schmalzstullen, saure Gurken und Kaffee. Dafür ist heute jeder selbst zuständig. Zumindest der Kaffee ist auch bei mir schon angekommen. Ich hoffe, Sie haben sich auch alle versorgt. Bitte Rolf Sukowski. Vielen Dank, liebe Petra. Auch von mir herzlich willkommen aus Malzdorf. Schön, Herr Dr. Kollatz, dass es geklappt hat, dass wir uns heute hier getroffen haben. Auch wenn es nicht präsent ist, aber doch zumindest virtuell. Das, was die Unternehmer am meisten umtreibt, ist ja nun seit einem Jahr die Pandemie. Und OWUS befasst sich auch seit einem Jahr damit. Und wenn man nach einem Jahr sich die Bazooka anguckt, die das Bundesministerium der Finanzen zur Welt gebracht hat, bleibt doch letztendlich immer noch ein schaler Beigeschmack. Insbesondere in Bezug auf die Bundeshilfen. Zu spät, zu bürokratisch, zu langsam. Nicht zielführend für Solo-Selbstständige. Und ich erinnere mich noch an eine Beratung mit Bundesminister Altmaier. Da sagte er, es ginge darum, einfache Lösungen zu finden für den Gesetzgeber, einfach für die Betroffenen, hilfreich und niemand solle sich bereichern. Und irgendein Teilnehmer sagte, oh, das klingt ja so, als wenn das Jahr 2020 ein Jahr ohne Bürokratie würde. Ja, das war leider ein frommer Wunsch, wie wir dann festgestellt haben. Also wir sind ganz gespannt, was Berlin uns zu sagen hat. Berlin war ja Vorreiter mit der ersten Corona-Hilfe und jetzt soll ja noch was Neues aufgelegt werden. Und da sind wir jetzt ganz gespannt, was wir da von Ihnen hören. Also nochmal herzlich willkommen alle und wir sind bereit, Herr Senator. Gut, dann mache ich den Herrn Senator auch zum Host, wie das Neudeutsch heißt. Jetzt wird bei mir noch ein Mitarbeiter, wird noch die Präsentation freischalten. Ich fange aber schon mal ein bisschen an. Ich bedanke mich erstmal sehr für die freundliche Einladung. Wir haben den Termin mal verschieben müssen. Das hat auch alles was mit Corona zu tun. Insofern bin ich auch froh, dass er jetzt geklappt hat. Und wie gesagt, bedanke mich für die Einladung. Ich kann ja auf jeden Fall schon mal anfangen. Die Einstiegsfrage, die Herr Sokowski ja gestellt hat, die beschäftigt uns tatsächlich sehr. Das Thema zu spät, zu bürokratisch, zu langsam. Und wir haben das damals Soforthilfe 2 genannt. Wir sind damals tatsächlich vom Land Berlin. Das war Ende März des vergangenen Jahres, sind wir in wenigen Tagen in einer Anstrengung, die auch, glaube ich, niemand für möglich gehalten hat, sind wir dann nach vorne marschiert und haben ein einfaches Programm aufgelegt. Sehr wohl mit Bundeskofinanzierung, sind dafür dann auch von vielen beschimpft worden. Aber es ist völlig klar, da ist auch das Signal gesetzt worden, dass insbesondere für die kleinen Betriebe, und das ist das Thema, um das wir uns als Land kümmern können, also die kleinen und die Solo-Selbstständigen, dass wir da tatsächlich uns darum gekümmert haben. Herr Sokowski hatte ja auch schon angesprochen, dass jetzt in Berlin der Senat auch wieder etwas vorhat. Und wir haben uns, das war auch ein bisschen meine Anregung, ist vielleicht auch ein bisschen antypisch als Finanzsenator, war aber meine Anregung, dass ich gesagt habe, wenn das mit der Krise, können wir jetzt hier annehmen? Wenn es mit der Krise weitergeht, dass wir dann auch im Jahr 2021 noch mal so etwas Ähnliches machen müssen, wie diese Soforthilfe 2. Und nach längeren Diskussionen mit dem Bund ist es jetzt so, dass der Bund, der am Anfang da sehr zurückhaltend war, jetzt so etwas aufgelegt hat, das heißt Neustarthilfe. Diese Neustarthilfe kann auch seit einigen Tagen beantragt werden. Also wenn Sie sich dafür interessieren, bitte schauen Sie auch jetzt im Internet. Und die folgt, obwohl der Bund gerade unser Vorgehen ja sehr heftig kritisiert hatte, eigentlich genau dem Ansatz. Das heißt also, für viele Solo-Selbstständige ist es eben so, dass sie ja durch ihre Arbeitskraft die Umsätze im Unternehmen generieren, dass sie häufig gar keine dollen Fixkosten haben. Also derjenige, der Saxophon in der Band spielt oder derjenige, der Fitnesstrainer in einem Fitnessstudio ist oder diejenige, die als Touristenführerin in einem Museum arbeitet, die haben keine Fixkosten. Die haben aber natürlich, weil sie selbstständig sind, haben Ausfälle in ihren Einnahmen und zwar auch im beträchtlichen Umfang. Und das war bisher systematisch auf der Bundesebene ausgeblendet. Mit der Neustarthilfe wird es jetzt gefördert, auch in der Größenordnung, wie wir sie für richtig halten, von bis zu 7.500 Euro. Das ist so die Größenordnung, wie wir auch die Soforthilfe 2, damals konzipiert hatten. Und wir werden das so machen, dass wir alle ermutigen, jetzt die Bundesprogramme anzunehmen. Da wird auch die IBB sich jetzt noch öffentlich ein bisschen dazu äußern. Aber da sind schon wohl Tausende jetzt unterwegs. Und vielleicht trägt ja auch dieses heutige Gespräch dazu bei, dass aus den Tausenden noch ein paar mehr werden. Und wir werden aber für diejenigen, die da aus irgendwelchen Gründen nicht zum Zuge kommen, weil irgendeine Rechtsform vielleicht besonders oder speziell ist, werden wir dann dafür noch ein besonderes Landesprogramm vorsehen. Das war jetzt erst mal sozusagen, um auf die Frage von Hans-Ukowski zu antworten. Sie würden jetzt also sehen, dass wir über die Jahre hinweg uns aus einer ganz schwierigen Haushaltssituation in Berlin rausgearbeitet haben. Da war auch die Partei, der Frau Pau angehört, nicht ganz unbeteiligt daran, dass das gelungen ist. Und das geschah sozusagen im Bündnis der Sozialdemokratie mit der Linkspartei. Ich gehöre noch bekanntermaßen der Sozialdemokratie an. Und da ist es dann eben so, dass es seit 2012 gelungen ist, Haushalte mit schwarzen Zahlen zu machen und auch in einem relevanten Umfang durchaus Tilgungen vorzunehmen. Wir sind von gut 63 Milliarden Verschuldung in Berlin auf etwa 57 Milliarden runtergekommen und haben, das war dann insbesondere mein Beitrag seit 2014, haben sozusagen von einer nur Konsolidierungspolitik auf eine konsolidierende und investierende Politik umgeschaltet. Und das hat auch dazu geführt, dass wir jetzt in der Corona-Krise handlungsfähiger gewesen waren und auch sind, als wir sonst gewesen wären. Denn in 2020 ist das vorläufige Ergebnis so, dass wir jetzt 1,4 Milliarden Defizit haben zwischen 1,4 und 1,5. Zwischen vorläufig und endgültig kann sich das noch ein ganz bisschen schieben. Für dieses Jahr erwarten wir ein Defizit von etwa 2,4 Milliarden. Danach soll es dann wieder besser werden. Aber man sieht daran, das reißt es schon ziemlich rein. Wir haben aber eben kraftvoll reagiert und da gibt es eben zwei wesentliche Ansatzpunkte. Das eine sind direkte Corona-Ausgaben. Also von dem Typ, wie dass wir in der Jaffee-Straße, das ist jetzt vom Ratsanellersdorf, ein bisschen am anderen Ende von Berlin, dass wir da für den Fall, dass die Krankenhäuser überlaufen, so ein Überlauf-Krankenhaus angerichtet haben. Ein temporäres auf dem Messegelände. Oder dass wir mit der großen Unterstützung von Vivantes, von Vivantes, dass wir die Kleinigkeit von 1.500 Tonnen Schutzgüter, persönliches Schutzmaterial besorgt haben in der Phase, wo der Markt ansonsten in Deutschland leergefegt war. Das sind also Beispiele für direkte Corona-Ausgaben. Dann ist es so, haben wir mit den Sofortprogrammen, wie ich finde, rasch und kraftvoll reagiert. Wir haben in der Phase, da gab es noch gar nichts, als Soforthilfe 1 Überbrückungskredite für Unternehmen gemacht. Wir haben, das war auch sofort überzeichnet, als Soforthilfe 2, darüber habe ich schon was gesprochen. Das war insbesondere für die Soloselbstständigen und Kleinunternehmer. Die Säule 3 sind die europäischen Investitionsmittel und wir haben eben bei den ganzen Programmen, haben wir immer versucht, die Bundesprogramme zu nutzen, so gut es ging, haben aber die Bundesprogramme ergänzt. Und da ist es so, dass jetzt mal insbesondere der, dass da also besonders sichtbar war, waren also zwei Komponenten. Das eine war, dass wir alles gefördert haben, was Digitalisierung in kleinen Unternehmen unterstützt. Und da ist die Fachsenatorin Ramona Popp. Und wir haben insbesondere das für Berlin so wichtige Kulturleben, das eben sonst häufig zwischen Baum und Borke steckt. Also in dem gerade kleineren, auch durchaus unternehmerischen Teil des Kulturlebens. Dort haben wir eine Hilfe geleistet. Das war dann unsere Soforthilfe 4. Und dafür zeichnet Klaus Lederer fachlich verantwortlich, den ja vielleicht der eine oder andere von Ihnen kennt. als Kultursenatorin. Und dann ist es so, also direkte Corona-Ausgaben, Soforthilfe. Dann haben wir das Thema der landeseigenen Unternehmen. Da ist es so, da gibt es eine, wie ich finde, sehr unerquickliche Debatte, dass einige auf Bundesebene, nicht Frau Pau, sondern andere, so tun, als würden die Länder und Kommunen nichts tun. Das ist nämlich nicht so. Wir haben, bitteschön, die Unternehmen haben wir als eigenes Feld. Und da ist es so, da wird viel diskutiert über den Flughafen. Aber natürlich ist es so, der Erfolg war, den Flughafen jetzt zum Fliegen zu bringen. Aber wir haben zurzeit, Fluggäste, die sind unter 10 Prozent von dem, was es normalerweise gibt. Und es wird ja auch von Reisen abgeraten. Also in einer solchen Situation kann ein Flughafen nicht wirtschaftlich fliegen. Und aber dramatischer noch ist die Situation bei der Messe. Und Sie können sich auch alle vorstellen, das ist bei der S-Bahn und bei der BVB so ist, dass wir ja eher darauf drängen, nicht die Fahrzeugzahl dem Verkehr anzupassen, sondern eher die Fahrzeugzahl relativ hoch zu halten und nötig sogar noch zu verstärken, damit eben möglichst wenig Unterfüllungssituationen entstehen. Und all das führt zu durchaus wesentlichen Defizitsituationen. Und Charité und Vivantes, Vivantes trägt dort etwas mehr zahlenmäßig. Die Charité trägt dort etwas mehr in dem besonders schweren Bereich der schweren Fälle. Also nur damit Ihnen das auch klar ist, also die öffentlichen Kliniken tragen zwei Drittel der Corona-Last in ganz Berlin. Das heißt also, von allen Patienten, die in Krankenhäusern landen, landen zwei Drittel in den öffentlichen. Da gibt es also welche, die halten sich ein bisschen mehr zurück im Krankenbereich. Und das ist natürlich auch, führt in eine Situation, wo es eine gewisse Unterstützung von Bundesebene gibt, aber eben von, die nicht ausreicht. Also das heißt, was wir bekommen für die Betten in der, zum Beispiel bei Vivantes in der Charité, reicht eben nicht aus, weil es häufig eine Spezialversorgung ist und häufig eben Intensivbetten bettend sind. Also das sind sozusagen dann die dritte Säule, landeseigene Unternehmen und die vierte ist dann das Thema Konjunkturprogramm. Das ist, glaube ich, gerade im Unternehmerbereich besonders wichtig. Wir haben also gesagt, wir nutzen alles, was irgendwie passt an Bundesprogrammen, nutzen wir, versuchen dadurch, Mittel nach Berlin zu schaffen, um zu hebeln und versuchen dann ansonsten im Innovationsbereich einiges zu tun. Also wir ziehen zum Beispiel neue Fraunhofer-Instituten nach Berlin oder sowas, sowas dieses Typs. Und damit ist aber auch immer das Signal verbunden, eben wir versuchen uns nicht aus der Krise rauszusparen. Wir versuchen, im Umfang, der uns möglich ist, der ein bisschen bescheidener ist als auf Bundesebene, versuchen wir aber antizyklische, antizyklische Aspekte zu betonen. Und das hilft uns dann, wenn es gut geht, vielleicht auch gut raus aus der Krise. Und da bin ich eigentlich ganz optimistisch. Das heißt also, die Sichtweise, die ich Ihnen gerne nahe bringen will, ist die, dass Berlin natürlich getroffen ist von der Krise. Und eine Krise ist auch schwierig und ich komme auch jetzt noch zu ein paar Themen. Aber wir werden aus der Krise nicht rauskommen, wie es Anfang dieses Jahrtausends war, also mit einer Position, die als aussichtslos eingestuft wird, sondern vielleicht gelingt es uns sogar unsere Position ein bisschen relativ zu den anderen Bundesländern zu verbessern. Jetzt ist es so, da hat der Bund dann mehr gemacht als die Länder. Also die, es hat bestimmte steuerliche Hilfen gegeben, also zum Beispiel die Absenkung der Umsatzsteuersätze für die Gastronomie, dann die allgemeine Absenkung der Mehrwertsteuer für einige Monate. Da ist es jetzt so, vielleicht spielt es in der Diskussion noch eine Rolle, also von der Grundlogik her bin ich eher für Maßnahmen, die gezielt sind und weniger sozusagen dem Rasenmäher folgen. Also bei dem Thema allgemeine Mehrwertsteuerabsenkung für drei Monate ist es eben so, glaube ich, eher, dass das relativ viel Geld für relativ wenig Konjunkturimpuls kostet. Aber das ist eine Frage, die man diskutieren kann. Das hat der Bund entschieden, wo wir insbesondere daran mitgewirkt haben, ist, dass wir eigentlich ziemlich großzügig über die Berliner Finanzämter auch auf Beantragung von Steuerspundungen und Ähnlichem reagiert haben. Da waren wir übrigens die ersten bundesweit und soweit ich das höre von den Zahlen her, ist es auch so, dass da bei uns auch im Verhältnis zu anderen Bundesländern, wie kann man das ausdrücken, also sicherlich mit Augenmaß gearbeitet wird, also durchaus auch das Interesse der Unternehmen, gesehen wird. Und insgesamt ist es eben so, dadurch, dass wir vorher konsolidiert und auch auf Investitionen gesetzt haben, können wir eben solche Impulse leichter setzen, als wenn wir diese Situation nicht gehabt hätten. Da habe ich dann auch noch ein paar Grafiken mitgebracht, wo man dann also auch so einen Ländervergleich sieht. Und was vielleicht dann besonders wichtig ist, ist, dass man eben sieht, dass nach den Zahlen wir den Bundesvergleich nicht abrutschen, sondern es haben jetzt alle einen auf die Rübe gekriegt, aber die endgültigen Zahlen liegen jetzt für das erste Halbjahr 2020 vor. Da ging es in Deutschland insgesamt um 6,6 Prozent runter. In Berlin aber eben in Anführungszeichen nur um 5,1 Prozent im Bruttoinlandsprodukt und regional. Das ist viel. Das ist auch mehr, als es jemals zuvor gegeben hat. Also insofern, wir sind in der Krise. Aber eben wenn es Durchschnitt in Deutschland um 6,6 Prozent zurückgekommen ist, ist eben klar, wir haben nicht die rote Laterne und damit bestehen auch Chancen, dass wir ein Stück weit auch leichter wieder rauskommen. Weil einige von Ihnen ja auch an der Brandenburger Situation interessiert sind. Die Brandenburger haben sich sogar noch ein bisschen besser geschlagen als wir. Die liegen bei minus 4,9. Und das sind aber deutschlandweit, Brandenburg und Berlin damit die Plätze 2 und 3. Und nicht etwa, wie man vielleicht vermuten würde, die Plätze 15 und 16. Also insofern ist das so, das ist, glaube ich, ganz gut gelohnt. Jetzt ist es aber so, eine Krise, eine Krise dieses Typs führt immer dazu, dass ein Land ärmer wird. Und damit müssen wir auch umgehen. Das heißt also, warum wird das Land ärmer? Weil wenn das Bruttoinlandsprodukt sinkt und dann zwar wieder wächst, aber nicht den alten Wachstumspfad erreicht, dann hat man so etwas wie so eine praktisch Parallelentwicklung. Also wir laufen dann durchaus nach oben, aber auf einer Linie, die tiefer liegt als das, was wir uns mal vorgestellt haben. Und auf diese, darauf werden wir uns einstellen müssen, also das Bruttoinlandsprodukt nach allem, was wir an Prognosen wissen, ist so, dass wir nicht die Situation haben werden, wie nach der Finanzkrise in Griechenland oder abgeschwächt in Spanien und Italien. Aber wir werden auch nicht die Situation haben, dass es auf die Ausgangswerte zurückgeht, sondern dass wir ein Wachstum haben, wo wir die Werte etwa zwei Jahre später erreichen, als wir uns das vorgestellt haben. Und das bedeutet eben, dass wir gegenüber den ursprünglichen Ideen in Berlin in jedem Jahr zwei Milliarden weniger haben, obwohl die Steuereinnahmen, da spricht vieles dafür, eben dann, sobald wir aus der Krise rauskommen, auch wieder um eine Milliarde pro Jahr anwachsen. Das war der Pfad, den wir in den letzten Jahren gesehen haben. Als ich hier angefangen habe, waren es übrigens noch 400 Millionen im Jahr. Also mit 1000 Millionen oder einer Milliarde im Jahr war das jetzt schon sehr viel besser. Und wir werden auf dieses Bessere zurückkommen, aber wir werden das ursprüngliche Niveau aller Wahrscheinlichkeit nach nicht erreichen. Und insofern ist es so, dass das Ausgabenniveau es auch ein, zwei Jahre innehalten muss, weil wir nicht dauerhaft strukturell uns verschulden dürfen. Das hat was mit der Schuldenbremse zu tun. die man nun mögen kann oder nicht, die aber gesetzliche Grundlage ist. Und insofern ist es so, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und da habe ich dem Senat vorgeschlagen und das hat auch der Senat, ich würde sagen, eher beschlossen, dass wir sagen, wir orientieren auf eine Politik jetzt zwei Jahre des Durchtragens. Also wir versuchen, Strukturbrüche zu verhindern, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass es eben jetzt zwei Jahre nicht mehr wird. Wir landen dann jetzt in, wir waren runter in der Schuldensquote, wir waren mal im schlimmsten Fall in Berlin bei 67 Prozent des regionalen Bruttoinlandsprodukts. Wir waren jetzt runter auf 37,5 Erfolg. Also der Großteil kommt durch Wachstum, der kleinere Teil kommt durch Tilgung. Wir kommen jetzt in 2020 auf knapp 46 Prozent. Wir werden mit dem Jahr 2021, 2021 wird es noch ein bisschen steigen, das habe ich ja auch angesprochen, aber man sieht eben daran, wir kommen nicht mehr in die Lage, in der wir waren, wo also alle Alarmglocken geschrillt haben und der Staatskommissar kurz vor der Tür stand, sondern wir kommen in eine Situation, wo wir uns als eigener Kraft aus der Krise herausarbeiten können. Aber es ist so, wir haben eine Krise und nicht nur ein leichtes Lüftchen. So, das war es jetzt mal von mir zur Einführung. Ich habe schon gesehen, es gibt ein paar Fragen, es sind auch ein paar Fragen vorher angereicht worden. Ich würde jetzt vorschlagen, dass Sie das entsprechend moderieren und die Zusage steht. Also wir senden Ihnen die Präsentation und wie gesagt, wenn sich dann danach aus Ihrem Kreis noch aus den Grafiken, die Sie dann sehen können, noch die eine oder andere Frage ergibt, dann schicken Sie bitte E-Mails. Wir würden die dann auch im Nachgang zu der Veranstaltung beantworten. Aber ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal so wie die Situation ist ein bisschen improvisieren. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank und Entschuldigung. Herr Sukowski hat sich jetzt aus dem Bild rausgeschaltet, weil er versucht, das irgendwie technisch trotzdem zu lösen und wieder die Leitung abzugeben dieser ganzen Veranstaltung. Ich würde tatsächlich einsteigen gleich. Also im Chat fragt Herr Gläse nach dem selbstständigen Einkommen. So etwas ist uns auch vorher noch schon einmal übermittelt worden. Gibt es aus Ihrer Sicht dazu Entwicklung, Diskussionen und Bewegungen? Und zweitens haben wir vorneweg schon viele Fragen bekommen zu den Maßnahmen zur Corona-Eindämmung. Beispielsweise die Frage, wie ist das mit dem Schließen bestimmter Einrichtungen? Warum dürfen Discounter Kleidung verkaufen und Bekleidungsgeschäfte nicht? Warum darf MacPaper aufhaben? Etwa, weil sie Briefmarken verkaufen? Oder also nach welchen Kriterien wurden diese Dinge entschieden? Aber ich glaube, das Drängste ist tatsächlich die Frage der Debatte um ein Einkommen für Solo-Selbstständige gab es selbst in meiner Sprechstunde viele verzweifelte Menschen gehabt, die mit dem Verweis, dass sie sich, dass sie erleichtert Hartz IV beantragen können, natürlich nicht klarkommen, um ihre Unternehmen aufrechtzuerhalten. Das war ja unser Hauptdiskussionspunkt mit dem Bund seit dem Beginn. Die Soforthilfe 2 war bewusst so ausgelegt, dass wir gesagt haben, wenn ihr in die Grundsicherung geht, wünschen wir euch alles Glück der Welt und dann muss es auch in Abzug gebracht werden, aber wir verlangen nicht von euch, dass ihr in die Grundsicherung geht. Das hat auch viel mit Verwaltungskultur zu tun, also der Weg der allgemeinen Grundsicherung ist wahrscheinlich sogar langfristig der richtige, aber wir haben doch auch die Rückmeldung gehabt, dass viele Jobcenter erst sich daran überhaupt gewöhnen mussten und das auch Monate dauert und auch noch immer nicht ein abgeschlossener Prozess ist und es passt auch bei manchen nicht. Das heißt also, wenn man zum Beispiel in einer Partnerschaft zwei Kleinunternehmer hat, dann passt das System der Grundsicherung, passt auf diese Situation einfach nicht. Also es gibt viele, wo es definitiv nicht passt, deswegen haben wir immer gesagt, wir stellen da den Unternehmern, die Unternehmerinnen in den Mittelpunkten auch eben die, die nun wirklich klein ist, weil wir davon besonders viele in Berlin haben. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ich glaube seit zwei Tagen kann man beantragen, diese Neustarthilfe, die es beim Bund gibt und ich sage hiermit zu, dass wir eben, wenn man dort aus irgendwelchen Gründen nicht antragsberechtigt sein sollte, dass wir sozusagen als Land so ein Härtefallprogramm anbieten werden, um das zu berücksichtigen. Das würde aber eben dazu führen, dass Solo-Selbstständige eben nicht in die Grundsicherung gehen müssen. Die Neustarthilfe ist so konzipiert, dass auch diejenigen, die bis zu einem Vollzeitequivalent an Beschäftigten haben, das gibt es eben auch, also irgendjemand, der einen Laden mit einer Aushilfe betreibt oder so was oder auch jemand, der als Berater selbstständig arbeitet, hat aber jemand, der sozusagen für die Buchhaltung und so weiter arbeitet. Das heißt also, alle diejenigen kriegen bis zu 7500 Euro, das hängt ein bisschen vom Jahresumsatz ab, also die 7500 Euro werden erreicht beim Jahresumsatz von 30.000. Wir haben das aber so ausgelegt, dass diejenigen, die 17.000 oder 18.000 verdienen, was heute der Durchschnitt in Berlin ist, von den so kleinen Solo-Selbstständigen, dass die bereits die 5000 bekommen, die wir damals auch im letzten Jahr hatten und es war ja ein sehr erfolgreiches Programm. Also insofern, das steht im Mittelpunkt und es gilt auch, wenn da irgendwas aus ihrer Sicht schiefläuft, ich habe auch gestern nochmal mit der IBB, der Investitionsbank Berlin gesprochen, die das ja für uns auch ein Stück weit abwickelt, die machen das auf den Programmrümfen des Bundes, aber wenn dort irgendwelche Themen sind, helfen wir auch im Rahmen unserer Möglichkeiten weiter. Aber das hat jetzt wirklich das Zeug zu einem Massenprogramm und ich gehe davon aus, dass da grundsätzlich in Berlin 150.000 bis 250.000 Kleinunternehmen antragsberechtigt sind. Insofern ist es so, das ist glaube ich jetzt mal der Kernpunkt dessen, was Frau Power angesprochen hat. Dann war noch die andere Frage, welche Läden haben offen, welche Läden haben zu. Da ist es so, muss man ehrlicherweise sagen, da gibt es keine streng logische Begründung. Also die Bundesebene hat insbesondere gesagt und das ist nun mal auch die Aufgabe der Bundesebene, die haben gesagt, sie schätzen die Corona-Krise so ein, dass der wesentliche Treiber die Zahl der Kontakte sind. Und insofern ist es so, geht es jetzt nicht um ein gerechtes System, sondern es geht um ein System, bei dem die Zahl der Kontakte reduziert wird. Insofern war es also umgekehrt, eigentlich war der Vorschlag am liebsten alle Läden zu und dann hat man halt sich überlegt, was kann man eben nicht zumachen, also was muss unbedingt offen bleiben und dann ist es eben so, dass ein Einzelhandel für Lebensmittel und Getränke, wenn der eben traditionell auch Non-Food-Produkte hat, dann lässt sich ja auch, das muss man ja realistisch vorstellen, lässt sich ja schwer sagen, also die die nimmt man dann da aus, also sozusagen im großen Stil versucht man das, also wer, ich habe den Spaß einmal gemacht, ich bin mal in Galerie Lafayette in Berlin gegangen, in der Friedrichstraße, die haben das jetzt so gemacht, da kommt man rein, ist alles abgesperrt und dann geht man in den Keller, da verkaufen sie Lebensmittel, da darf man hin und man darf aber eben zwischendurch kein Parfüm kaufen oder sonst irgendwie so was. Also wo das geht, ist das so gemacht worden, wo das aber eher sozusagen einen kleineren, kleineren Umfang hat, also es gibt ja Supermärkte wie Lidl, in denen gibt es auch ein bisschen Kinderspielzeug, also insofern ist es so, da ist das jetzt nicht untersagt worden, aber weil man sagt, die Hauptlinie ist die, die Kontakte zu verringern. Wo liegen jetzt die Chancen von denen, die davon besonders betroffen sind, die liegen zum einen mit den Hilfen, aber zum anderen ist es so, und da können wir jetzt nur ermutigen, dass man eben, gut, das ist jetzt so ein britischer Begriff, da wäre jetzt in Deutschland auch eine Initiative geworden, der ist Click & Collect, so die, also dass man eben versucht, auch möglichst viele von seinen Kunden dazu zu motivieren, zu sagen, okay, ruf mich an, bestell was, ich bring's dir an die Tür, das ist ausdrücklich, das ist ausdrücklich gestattet und das wird auch, das wird auch mehr. Trotzdem ist es so, das ist kein gerechtes System, es kann auch von der Auslegung her kein gerechtes System sein, weil es eben sagt, wir setzen daran an, Kontakte zu verringern. Und um das jetzt mal positiv zu formulieren, man kann zum Beispiel das Thema Öffnung von Kitas und Schulen, kann man nur begründen aus der gesellschaftlichen Notwendigkeit. Und das ist eben so, wenn man insgesamt in der Gesellschaft Kontakte verringert, kann man trotzdem zu dem Ergebnis kommen, dass es richtig ist, damit eben nachher Kinder nicht ganze Jahre verlieren in ihrer persönlichen Entwicklung, dass man eben im Rahmen des Möglichen, und das haben wir jetzt ja vor, auch insbesondere bei der Grundschule, also dort Öffnungsschritte zu tun, denn es ist klar, also ich habe jetzt keine Kinder in dem Alter, aber wenn sie Kinder in der ersten, zweiten oder dritten Schulklasse haben, also sich da digitales Lernen vorzustellen, das ist echt schwer. Also das kann nicht funktionieren und insofern ist es so, ist es wichtig, dass da auch Kinder nicht für ihr ganzes Leben bestraft werden, sondern es ist wichtig, dass man da über Öffnungen nachdenkt. Das waren, glaube ich, jetzt die ersten Punkte, aber es kommen weitere Fragen. Bitte schön, Frau Paul. Ja, ich habe noch Fragen, die schon vor der Veranstaltung auch eingereicht wurden. Nochmal ganz dezidiert die Frage, besteht derzeit die Gefahr, dass die im März 2020 erfolgten Soforthilfen zurückgezahlt werden müssen? Also ich hatte das vorhin nicht so verstanden, aber da diese Frage nochmal so reingekommen ist. Und eine zweite Frage, die mir auch immer wieder begegnet, welche Hilfen gibt es für Vereine, die nicht wirtschaftlich tätig sind, jedoch Fixkosten haben? Bei dem Bereich zu Sports gab es und gibt es ein spezielles Programm, das aufgelegt worden ist in Zusammenarbeit mit dem für Sport zuständigen Ressort in Berlin, das ist das Innenressort, für den Bereich allgemeiner Ehrenamtsarbeit gibt es ein Programm, das aufgelegt worden ist mit der Senatskanzlei, weil die für die Ehrenamtsarbeit zuständig ist. Und da ist sicher noch Luft nach oben bei Anträgen. Also deswegen, ich habe mir die Zahlen jetzt auch gerade vor der Schaltkonferenz nochmal angeschaut, also gerade bei diesem Thema Förderung der ehrenamtlichen Arbeit, da würde das runterfallen, was eben Frau Pau angesprochen hat. Da können noch Anträge gestellt werden. Dann ist es so, dieses Thema mit dem Rückzahlen, also im Grunde nach ist erstmal Ihre Vermutung richtig. Nein, da muss nichts zurückgezahlt werden. Es gibt, es gibt einen Fall, in dem, also jetzt mal neben Betrugsfälle, da ist natürlich klar, dem steigen wir nach, die meinen Sie aber nicht. Gibt es einen Fall, in dem zurückgezahlt werden, werden muss, das hatten wir aber von vornherein auch immer gesagt, nämlich, wenn sich die wirtschaftliche Lage dann doch sehr viel besser dargestellt hat. Also wir haben damals gesagt, wenn einer, und das gab es vielfach, dass Leute gesagt haben, ich habe eigentlich Aufträge, alles, alles prima, nur meine Kunden zahlen nicht. Dann haben wir gesagt, okay, du kriegst jetzt die Fördermittel, 5000 Euro, das ging ja dann, je nach Unternehmensgröße, auch ein bisschen höher, bis 15.000. Wenn dann die Kunden gezahlt haben und die Einnahmen in 2020 höher waren, als 2019, dann in dem Fall muss zurückgezahlt werden, aber nur in dem Fall. Jetzt kann es aber auch sein, dass ein Unternehmen in 2021 jetzt wieder in der selben Situation ist, dass da wieder Kunden nicht zahlen oder sowas. Dann muss man natürlich bei dem Thema der Rückzahlung für 2020 muss man auf eine großzügige Zeitachse gehen, da ist die IBB, ist da jetzt schon dabei, aber das ist der einzige Fall. Das hat was damit zu tun, dass wir nach dem Haushaltsrecht grundsätzlich, also sie dürfen jetzt mal Steuergelder nur zur Förderung einsetzen, aus Sicht des Rechnungshofs verschenken, dürfen sie nur, wenn dort sozusagen die Bedürftigkeit da ist und die Bedürftigkeit hat was mit dem Thema Umsatzeinbußen zu tun und wenn eben keine Umsatzeinbußen da sind, fällt der Grund weg. Das ist aber relativ überschaubar und bei den Fällen ist es auch tatsächlich so, dass eigentlich ja dann sich die Unternehmen oder die Unternehmer besser geschlagen haben, als ursprünglich beabsichtigt. Ich kenne da auch ein paar ganz gut. Ich nehme jetzt mal einen Fall, wo ich auch die Verhältnisse jetzt so ganz gut überschauen kann. Das war zum Beispiel jemand, der hat als für europäische Institutionen mit Aufträgen gearbeitet und die EU hat einfach, als die Krise begann, praktisch ihre Berater über Monate nicht bezahlt. Die hatten überhaupt nichts mehr, solche Leute. Und dann haben die eben die Anträge gestellt und irgendwann, nach dem Sommer, hat dann die EU irgendwann wieder angefangen zu zahlen und dann war es auch gut. Aber das ist eben nicht der Regelfall. Im Regelfall haben halt gerade durch die Schließung vieler Institutionen. Denken Sie an mein Beispiel von der Museumsführerin oder an das Beispiel von dem Fitnesstrainer, der im Fitnessstudio seine Dienstleistungen anbietet. Da ist es eben so, im Regelfall waren ja die Umsatzeinbußen da und wir haben das anders als der Bund nicht davon abhängig gemacht von einem bestimmten Prozentsatz, sondern wir haben gesagt, wenn die Umsatzeinbußen signifikant da sind und als Kriterium aber gesagt, es muss zurückgezahlt werden, wenn ihr mehr verdient oder mindestens genauso viel verdient wie im Vorjahr. Und dann würde man auch sagen, ist eigentlich ja die Situation ganz gut. Frau Pau. Ja, ich habe noch eine Frage, die uns hier übermittelt wurde. Restaurants erhielten bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus 2019. Warum wurde der Außerhausverkauf davon nicht abgezogen? Ja, da kann man jetzt zwei Auffassungen dazu vertreten. Also erst mal ist es so, das war ein Bundesprogramm, das hat auch der Bund entschieden. Wir hätten es aber wahrscheinlich genauso gemacht, weil wenn wir den, wenn wir den Außerhausverkauf abgezogen hätten, wäre das nicht gerade sozusagen positiv gewesen oder hätte keinen Anreiz bedeutet, unternehmerische Initiative zu entfalten. Also wenn ich 75 Prozent von meinem Umsatz kriege, wenn ich nichts tue und ich kriege 75 Prozent von meinem Umsatz, wenn ich noch 25 Prozent durch Außerhausverkauf mache und es ändert sich aber dann nichts, dann ist der Anreiz, den Außerhausverkauf zu machen, ist relativ gering. Währenddessen es auch im Interesse der Beschäftigten zum Beispiel von Restaurants ist, wenn es gelingt, einem Restaurant 75 Prozent durch die Hilfe zu bekommen und 25 Prozent durch den Außerhausverkauf zu erlösen, kommt das Restaurant ungefähr mit dem, was ja, was es sonst an Einkünften gehabt hätte. Also das war die Überlegung. Jetzt gibt es dann wie immer bei Programmen, das sind ja alles Maßnahmen, die nicht idealtypisch jeden einzelnen Fall individuell betrachten können. Gibt es dann wahrscheinlich Fälle, in denen man auch das eine oder andere kritisieren kann. Aber ich will mich da gar nicht drum herum drücken. Das war ein Bundesprogramm, ja, das haben die gemacht. Aber wenn ich das zu verantworten gehabt hätte, in Berlin hätte ich es wahrscheinlich genauso gemacht, um den Anreiz zu schaffen und auch die Chance, den Restaurants zu geben, auf 100 Prozent zu kommen und damit eben im Prinzip auch ihre Beschäftigten dauerhaft zu halten. Gut, wir haben hier im Chat eine Frage aus dem Marzahn-Hellersdorfer Wirtschaftskreis. Betrachten Sie die Ausschreibung nach Gewerken als eine Möglichkeit der Förderung von kleinen und mittelständischen Handwerksunternehmen, zum Beispiel im Rahmen der Schulneubau-Offensive? Bis jetzt sind diese Unternehmen ausgeschlossen, mindestens Jahresumsatz 50 Millionen Euro. Die Frage hatten wir, glaube ich, auch im letzten Unternehmerfrühstück schon und konnten Sie nicht beantworten. Gut, aber jetzt kann ich sie vielleicht beantworten. Also es ist so, erst mal das stimmt, dass wir bei den großen Neubauvorhaben haben wir da bestimmte Schwellen. Da ist es aber so auch, dass man durch Arbeitsgemeinschaften vielleicht da trotzdem näher rankommt. Aber klar ist, für viele kleine Unternehmen sind diese Schwellen nicht zu erreichen. Es ist aber so, dass neben der Neubau-Komponente gibt es in der Schulbau-Offensive mit der Dimension von 200 Millionen pro Jahr Bauvorhaben, gibt es eben das Thema Bauunterhalt und auch kleinere Maßnahmen. Und die werden alle gewerkefrei ausgeschrieben, gewerkebezogen ausgeschrieben. Das heißt also, insofern ist es so, dass wir von dem, also wenn wir insgesamt ein Bauvolumen jetzt im letzten Jahr in die Schulbau-Offensive von zwischen 500 und 600 Millionen reingeschoben haben, ist es so, dass die Hälfte praktisch auch dezidiert für kleine Unternehmen in Gewerke-Ausschreibungen mit dem Thema Bauunterhalt und kleinere Maßnahmen, die gibt es eben auch eine große Anzahl, dass das praktisch für die vorbehalten ist. Und bei den Großen versuchen wir auch, das sozusagen zu öffnen. Wir machen deswegen auch nicht solche Sachen, dass wir zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt 20 Grundschulen bauen und schreiben die zusammen aus, sondern wir schreiben das dann in Losen von dreien aus. Also zum Beispiel ist es jetzt so, die drei Grundschulen, die praktisch schon eröffnet worden sind, davon sind ja auch welche in ihrem Bezirk. Da ist es so, dass die, da haben wir Moos 3 ausgeschrieben und das Unternehmen, was das gewonnen hat, hat auch mir mal gesagt, wenn sie doppelt so viel ausgeschrieben hätten, hätten wir uns gar nicht bewahren können. Also insofern ist es so, wir versuchen dort schon die Breite der Unternehmen zu berücksichtigen. Das nehme ich aber extra nochmal mit, dass wir in Zukunft, das wird auf jeden Fall ja noch eine größere Rolle spielen, das vielleicht noch ein bisschen mehr öffnen. Aber wie gesagt, bei allen Themen, die in die Richtung Bauunterhalt und Kleinmaßnahmen gelten, das sind 200 Millionen pro Jahr. da haben wir die Gewerkeweise ausschrieben. Gut, bei Herrn Zukowski sind auch noch Fragen angekommen. Ich wollte jetzt mal an ihn übergeben. Ja, also aus meiner Hostzeit ist ja noch eine Frage angekommen. Die Neustarthilfe des Bundes kann nur von natürlichen Personen oder allein Gesellschafter, Geschäftsführer GmbHs beantragt werden. Ein GmbH Kleinstunternehmen, bei dem der Geschäftsführer keine Geschäftsanteile besitzt, ist auch nach der angekündigten Erweiterung des Förderkreises nicht antragsberechtigt. Hier besteht offensichtlich eine Förderlücke, ist die Frage. Ja, also gut getroffen. Das habe ich wohin gemeint, als ich gesagt habe, wir werden das eben mit diesem, wir nennen es ein Härtefallprogramm, werden wir das ergänzen, weil das war genau die Diskussion. Ich habe also wochenlang mit dem Bund da rumdiskutiert und da ist also jede Gruppe, musste dem Bund sozusagen aus der Nase gezogen werden, da sind wir relativ weit gekommen, aber das Thema, wo eben mehrere zusammen eine GmbH haben oder die Konstruktion mit der GmbH, die sie angesprochen haben, wo also was weiß ich was, dem Onkel gehört die GmbH und ich selber, meinem Onkel gehört die GmbH, ich selber betreibe die aber ansonsten, um diese Fälle, die tatsächlich nicht berücksichtig sind, sind auch kleinere Genossenschaften nicht berücksichtig und sonst irgendwie noch sowas, da gibt es dann entweder die Möglichkeit jetzt, dass über Steuerberater es doch erlaubt ist oder wir werden das über das Härtefallprogramm anpacken. Also da würde ich jetzt vorschlagen, wenn das, also derjenige, der das geschrieben hat oder wenn es mehrere sind, melden Sie sich mal, wir werden dann dafür sorgen, sobald das Härtefallprogramm steht, dass sich die IBB bei Ihnen meldet. Okay, das war die eine Frage, die ich ja noch hatte in der Zeit. Noch eine Ergänzung, vielleicht auch eine Bemerkung zu dem, was Sie sagten mit der Soforthilfe und den Rückzahlungen. Die Verund, also es ist erst mal klar, Soforthilfe war Berlin, das ist ganz was anderes und dann kam der Bund dazu, aber in den Bescheinigungen zum Beispiel, mir liegt eine vor, wird jemand bescheinigt, dass er einen Zuschuss des Landes Berlin und der Bundesrepublik Deutschland bekommen hat, das heißt, es ist für ihn jetzt gar nicht klar, war das Geld, was ich jetzt bekommen habe, eigentlich aus dem Berlin-Topf oder war es aus dem Bundestopf? Das ist nur erkennbar, wenn man vielleicht auf das Datum guckt, 31.03. Und so ähnlich ist es auch in der Rechtsbelehrung, die vorliegt, auch da ist nicht ganz klar erkennbar, ist es denn nun Land gewesen oder ist es Bund gewesen, was ich da bekommen habe? Und das ist diese Verunsicherung, die hier dahinter steckt, hinter dieser Frage, die ich heute früh noch bekommen habe, wie kann man das auseinander sortieren, dass die Sicherheit da ist, ja, es war tatsächlich eine Landesleistung, die ich bekommen habe und die habe ich ordnungsgemäß verwendet oder so, wie ich es verwenden durfte und nicht, dass plötzlich heißt, nee, nee, es war eigentlich doch schon Bundesgeld, was du gekriegt hast. Das sind offizielle Dokumente der IBB. Ja, also da muss man sich wahrscheinlich tatsächlich den einzelnen Fall angucken. Ich kann aber mal was sagen, was sozusagen eine Grundsatzinformation darstellt. Wir haben damals aus dem Landesprogramm ja 5.000 Euro zur Verfügung gestellt. Also wer 5.000 Euro beantragt hat, ist ziemlich sicher Landesprogramm. Wer die Aufstockungsmöglichkeiten des Bundes, also 13.000 oder 15.000 beantragt hat, der hat ziemlich sicher Bundesmittel drin. So, das ist, glaube ich, jetzt mal, das hilft, glaube ich, als Grundlogik. Ansonsten muss man tatsächlich in den Einzelfall schauen. Und wie gesagt, wir haben, wir haben auch, das wollen wir auch nicht austragen auf dem Rücken derer, die der Förderempfänger war. Das ging ja auch durch die Medien. Es hat da einen gewissen Konflikt zwischen dem Bund und dem Land gegeben, der auch noch nicht endgültig beigelegt ist. Wir haben immer die Auffassung, die Auffassung vertreten, dass wir diese Soforthilfe 2 auch mit der Bundeskomponente nicht auf Fickkosten beschränken und so weiter und so weiter. Da hat dann der Bund gesagt, will er sich im Land Berlin auch noch darüber streiten, ob das möglich ist oder nicht. Das ist aber dann sozusagen das Problem des Landes und nicht das Problem des Unternehmens. Es ist aber klar, dass sozusagen da wir als Land ja ein 5000-Euro-Programm gemacht haben, also sozusagen 5000 Euro vereinfacht gesprochen für jeden Soloselbstständigen, dann ist es so, dass die, insoweit diese Kombinationsmöglichkeit mit den Bundesmitteln nicht genutzt worden ist, ist es aller Wahrscheinlichkeit nach reines Landesgeld. Trotzdem ist es so, ich glaube, dass sich viele der Verunsicherungen lösen werden, weil es eben so ist, dass wir gesagt haben, selbst wenn der Bund gesagt hat, er will das eigentlich nur für Fixkosten haben, da haben wir gesagt, nein, wir haben das in der anderen Programmatik bewildert und das gilt. Ich weiß, dass andere Bundesländer da eine Rückforderung startet sind, das planen wir an dem Punkt nicht. Okay, vielen Dank. Bei dem anderen Unternehmerfrühstück vor vier Wochen gab es eine Frage zu den öffentlichen Wohnungsunternehmen. Wie kann Einfluss genommen werden, dass dort die Gewerbetreibenden, die dort eingemietet sind, unterstützt werden? Also es gab wohl einen Fall, da hat ein Gewerbetreibender, wollte die Betriebskosten für Heizung gestundet haben, weil er sagt, ich darf nicht arbeiten, ich brauche nicht heizen und bitteschön, dann erlasst mir wenigstens die Betriebskostenvoraussetzungen für Heizung. Das ist abgelehnt worden. Wie sind da eigentlich die städtischen Wohnungsunternehmen in Hinsicht der Gewerbemieten sozusagen aufgestellt und gibt es da eine Orientierung, wie sie sich zu verhalten haben, wenn solche Wünsche von Gewerbetreiben kommen, die in ihren Immobilien drin sind? Das war eine Frage, die auch nicht richtig beantwortet werden konnte, letztes Mal. Herr Schatz, also die, es gibt da eine Orientierung, aber es gibt kein, es gibt keine Vorgabe par ordre de mufti. Erstmal erklären, warum gibt es die Vorgabe nicht, weil wenn wir es anders machen würden, wären wir damit in einem Beihilferegime. Diese Beihilfe, das wäre eine Beihilfe, die müssten wir uns praktisch auf der europäischen Ebene genehmigen lassen, das dauert Ewigkeit, macht keinen. Also müssen wir eine andere Lösung finden und wir meinen, dass wir sie gefunden haben. Und die heißt eben, dass wir gesagt haben, liebes Unternehmen, guck dir das an und komme zu einer sinnvollen Billigkeitsabwägung. Das heißt also, wir als Eigentümer haben gesagt, das Unternehmen hat die Möglichkeit, dort sozusagen als eine, das als eine Härte zu betrachten und dann zur entsprechenden Vereinbarung zu kommen. Sie müssen sich aber den Einzelfall angucken. Die, was generell wichtig ist, ist, es gibt ja, wohin ist ja auch schon von Frau Pau das Thema Novemberhilfe angesprochen worden, die Adress, adressieren ja auch das Thema von Mieten und wir haben auch als Landesprogramm noch ein zusätzliches Programm zur Unterstützung bei Gewerbemieten aufgelegt. Das heißt also, ist natürlich die Erwartungshaltung, dass solche Programme, die vorhanden sind, auch benutzt werden. Aber was richtig ist, es gibt einen Hinweis an die Unternehmen in eine, wie drücke ich das mal aus, wohlwollende Einzelfallprüfung einzutreten. Das hat aber eben, was damit zu tun ist, keine strikte Regel, um das zu keinem Beihilfefall zu machen. Hier kommentiert im Chat Frau Voss, aber Heizkosten Nachlass ist doch kein Geschenk. Es geht um eine Vorauszahlung. Das bringe ich jetzt erst mal nur so in die Debatte rein. Wir hatten vorab schon Fragen, die sich durch... Ich glaube, da hat Frau Voss auch durchaus recht. Also wenn Sie da mit dem Unternehmen nicht weiterkommen, dann würde ich vorschlagen, dass Sie vielleicht nochmal einen Brief an Herrn Scheele oder an mich schreiben. Also die... Ich wollte ja nur die Logik erklären, dass es eine Einzelfallbetrachtung sein sollte. Aber das Argument verstehe ich schon. Also deswegen, weil es ja klar ist, dass wenn man eine hohe Vorauszahlung macht und nachher ist das Ding, nimmt man weniger ab, dann ist das sozusagen, so muss man eine ohnehin angespannte Liquidität in einer Situation belasten, wo es vielleicht Unsinn ist. Also das Argument leuchtet mir ein. Okay, ich würde gerne noch zwei Fragen aufrufen. Eine wurde uns vorab übermittelt. Die andere ist hier im Chat von Herrn Gadegast gestellt. Die erste. Während des Lockdowns in der Corona-Pandemie wurde deutlich, dass noch Ausbaubedarf an der digitalen Infrastruktur sowie dem IT-Support in Berliner Behörden und Schulen besteht. Werden die Personalmittel für das Programm IT-Experten in den Schulen Berlins fortgeschrieben sind weitere Maßnahmen für die Finanzierung von IT-Fachkräften vorgesehen. Und Herr Gadegast stellt fest, dass die kleinen Unternehmen die Leidtragenden bei den unterschiedlichen Maßnahmen waren. Sehen Sie erforderliche Konsequenzen für mögliche künftige gesellschaftliche Situation insbesondere bei den förderalen Strukturen und schwerfälligen Verwaltungsumsetzungen. Also wir sind ja einerseits noch mittendrin in der Pandemie, aber die Frage ist ja tatsächlich, wie stellen wir uns auch auf zukünftige Prozesse ein? Also zu dem letzten Punkt, ja, da ist ein Bedarf und mit einer der Gründe, weshalb wir zum Beispiel gesagt haben, ein Teil der Soforthilfen fließt eben auch in die Neuaufstellung von Unternehmen. Also deswegen, der Teil wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten stärker werden. Aber, also nur mal um ein Beispiel aus einer, wenn Sie so wollen, relativ exotischen Branche zu nehmen. Wir haben zum Beispiel um das Thema der vielen Kreativen in der Stadt, die ja auch viele Schwierigkeiten haben, haben wir eben zwei große Stipendienprogramme. Es werden, glaube ich, zweimal 5.000 Stipendien vergeben, damit die auch sozusagen einen Tätigkeitsnachweis haben. Also die Stipendien laufen jeweils für ein halbes Jahr. Dann kann ich aber, wenn ich danach dann was machen will, kann ich mich weiterqualifiziert haben über dieses Stipendium, kann ein Projekt durchgeführt haben, kann also auch sozusagen mich vorbereitet haben auf etwas, was dann in der Zukunft erst zum Tag kommt. Und ähnlich machen wir es auch mit dem Thema Digitalisierung. Damit komme ich jetzt zu dem Punkt. Da haben mir meine Leute, weil die Frage auch vorher eingereicht war, haben mir meine Leute jetzt zwei Seiten aufgeschrieben. Die will ich jetzt nicht alle runterrattern, aber aus diesen zwei Seiten erkennen Sie schon, dass da eigentlich durchaus viel geschieht. Also wir haben wirklich viele Mittel in das Thema Schule reingesteckt, damit auch das Thema Digitalisierung dort weiterkommt und auch digitales Lernen damit weiterkommt. Übrigens, also landesintern für die Verwaltungsakademie ist es so, da sind wir auch bundesweit relativ führend. Wir werden jetzt auch, das haben wir halt schon vorher angefangen gehabt, wir haben praktisch ein Gebäude, ein kleineres Gebäude jetzt in Berlin-Mitte auch errichtet für für digitales Prüfungswesen und so weiter. Also tut sich ziemlich, ziemlich viel zu der Dimension. Die Verwaltungsakademie schult jedes Jahr über zwischen 40 und 50.000 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter der Verwaltung. Und wie gesagt, alle diese Themen treiben, treiben wir voran. Berlin war da noch nicht so dolle, aber wir versuchen jetzt da eben halt auch ein bisschen weiter zu kommen. Wir haben in großem Umfang Endgeräte in die Schulen geschafft und jetzt ist es eben so, wir versuchen die Zahl der Verwaltungsleistungen, die digital angesprochen werden können, deutlich auszubauen und haben sozusagen die zentralen IT-Titel sind alle mehr als verdoppelt worden. Also insofern ist es so, da findet viel statt, aber da muss man jetzt sagen, da startet Berlin nicht aus einer Position der Stärke, sondern da startet Berlin aus einer Position mit einem gewissen und auch deutlichen Nachholbedarf. Trotz allem ist es so, das wird jetzt vorangebracht. Bei dem Thema Unternehmen ist es eben so, deswegen gibt es auch sozusagen Programme, die Digitalvorhaben von Unternehmen unterstützen. Das reicht manchmal im kleinen Fall von, ich möchte mich selber befähigen, an sowas wie Click & Collect teilzunehmen, bis hin eben zu einer Änderung meines Geschäftsmodells, um bestimmte Sachen sehr viel mehr IT-basiert aufzustellen. Aber im Prinzip ist es so, das sind, ja, das sind Themen und wir haben auch zum Beispiel jetzt, mal was Kleines zu nennen, wir haben zum Beispiel Studenten, die manchmal nicht viel Geld haben, haben wir sowas wie so ein Laptop-Programm gemacht, um auch eben zu verhindern, dass gerade in der Hochschulausbildung jetzt relativ viele an der Seite liegen bleiben, einfach weil sie in der Situation, wo im Präsenzsemester abgesagt sind, nicht mithalten können. Ich habe noch eine Frage, die vorab auch schon kam. Sie haben vorhin in Ihrer Einführung auch etwas gesagt zu den Krankenhäusern und zu den Belastungen. Aber hier ist eine ziemlich prinzipielle Frage vorab nochmal hereingekommen. Erkenntnisse der Corona-Pandemie erfordern meines Erachtens auch ein Umdenken bezüglich der Lage unseres Gesundheitswesens. Ist es denkbar, das Gesundheitswesen generell der Daseinsvorsorge zuzuordnen, bereits privatisierte Krankenhäuser wieder zu verstaatlichen, um sie dem Gewinnstreben zu entziehen, siehe Wasserbetriebe? Und sind Sie, Herr Senator, der Auffassung, dass das bedeutet, auch mehr finanzielle Mittel für die Gesundheitseinrichtungen auf Dauer zur Verfügung zu stellen? Sie haben ja vorhin einleitend schon was gesagt, auch zu den Belastungen und auch zur zum Teil ungleichen Verteilung der Belastungen, was die unterschiedlichen Einrichtungen betrifft. Können Sie uns dazu noch was sagen? Ansonsten sage ich gleich, ich habe den Chat im Auge. Sollte noch jemand eine Ihnen ganz doll drängende Frage haben, dann möge er diese jetzt in den Chat schreiben, damit wir Sie noch aufrufen können. Bitte, Herr Sinn. Also Frau Pau setzt zum Schlusswort an. Also es waren ja viele Fragen auf einmal. Also erst mal ist es so, das, was öffentlicher Gesundheitssektor in Berlin war, ist nicht privatisiert worden, anders als beim Thema Wasser. Ist übrigens eine Entscheidung, die ich richtig finde, die aber deutlich in der Vergangenheit liegt. Also da haben andere, lange bevor ich hier war, wie ich finde, richtig entschieden. Dann war die zweite Frage, macht das Thema Sinn, Gesundheitssystem auch zumindest teilweise oder zu wesentlichen Teilen unter dem Gesichtspunkt Daseinsvorsorge zu sehen? Ja. Wir haben zum Beispiel deswegen einen Daseinsvorsorgevertrag mit Vivantes geschlossen. Und die riesige Investition des Landes in den, in die Modernisierung und den Neubau des, ja, des größten Klinikums, wenn Sie so wollen, in Neukölln, begründet sich aus auch diesen Daseinsvorsorge-Gedanken. Und insofern ist es so, wir werden jetzt intern diskutieren, ob man das auch bei der Charité macht. Da war die Frage bisher wegen des Themas Universitätsklinik weniger. Aber wir haben den Daseinsvorsorgeansatz, haben wir extra für Vivantes gewählt und begründen auch damit die, die erheblichen Landesinvestitionen. Dann war noch das Thema Wasser angesprochen. Wasser ist aus meiner Sicht eine erfolgreiche Rekommunalisierung. Wir haben im Prinzip die Investitionen seitdem, ja, verdoppelt und haben die Preise gesenkt und halten Sie jetzt seit schon ziemlich langer, langer Zeit, denken Sie mal nach, wann Sie das letzte Mal eine Wasserpreiserhöhung gekriegt haben, halten Sie schon ziemlich lange konstant und wir werden Sie auch die nächsten Jahre noch konstant halten können. Aktuell bin ich als Person und ist auch mein Haus stark engagiert bei dem Thema Rekommunalisierung des Stromnetzes. Es gibt dort eine Vereinbarung mit der Firma Vattenfall, dass sie uns das anbietet. Und wir schauen jetzt, dass wir das hinbekommen, wenn das alles erfolgreich vorangebracht werden kann. Plane ich damit im April dieses Jahres in den Senat zu gehen und dann wäre eben nicht nur das Thema Klinik, was schon dauerhaft kommunal war, sondern wäre auch das Thema Wasser kommunal und dann eben jetzt als nächstes das Thema Strom kommunal. Und das muss ja nicht das letzte sein. Ich will aber an einem Punkt auch deutlich machen, wo ich da die Grenze sehe. Ich glaube, dass es nicht klug ist, dann von Berlin aus die ganze Welt zu beglücken. Und zum Beispiel da habe ich mich auch für engagiert. Also die als nachdem die Wasserbetriebe rekommunalisiert war, habe ich Aktivitäten der Wasserbetriebe in Ungarn und in anderen Ländern reduziert, runtergefahren und auch schrittweise dann beendet. Kommunaler Betrieb sind kommunale Betriebe und keine Weltkonzerne. Ja, herzlichen Dank. Ich sehe im Chat hier jetzt nichts. Ich frage Herrn Zukowski, ob er noch offene Fragen hat, die ihm zugegangen sind? Sind eigentlich alle beantwortet worden, jetzt schon im Verlauf der Ausführung von Herrn Senator. Ich habe jetzt keine keine ergänzenden Fragen mehr dazu. Ja, ich bedanke mich recht herzlich. Entschuldige mich noch mal für unsere Unvollkommenheit. Wir üben weiter, aber werden natürlich den Teilnehmern in geeigneter Form gerne ihr vorbereitetes Material entsprechend auch nachreichen, beziehungsweise schauen, wenn wir unser Gespräch veröffentlichen, dass wir das dann dort entsprechend zu ihrem Vortrag auch entsprechend einblenden. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und die Debatte und vielen Dank an alle Teilnehmenden. Wir werden noch vor dem Frühsommer ein nächstes Unternehmerfrühstück anbieten. Wir wissen nicht, ob wir dann schon in eine hybride Form kommen können oder weiter nur virtuell unterwegs sind. Sie wissen, diejenigen, die schon öfter dabei sind, wir haben immer noch offen das Thema Rente und wie gehen wir damit um. Aber es gibt natürlich, es ist ja kein Geheimnis, es ist Wahljahr nicht nur in Berlin, wenn es um Kommunalwahlen und Abgeordnetenhauswahlen geht, sondern auch Bundestagswahljahr. Also werden wir schauen, dass wir entsprechend Ihren Wünschen auch interessante Gesprächspartner gewinnen und werden uns auf den bekannten Kanälen melden mit der Ankündigung des nächsten Unternehmerfrühstücks. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich dieses dann hybrid zu machen, also in Marzahn in bewährter Form und mit Zuschaltung all derjenigen, die nicht in Marzahn dabei sein können oder nicht in den entsprechenden Raum passen. Wir werden das entsprechend ankündigen. Ich sehe hier gerade, dass meine Ankündigung hybrid auf Resonanz stößt. Eine dauerhafte hybride Veranstaltungsform wäre sehr gut. Danke und ein schönes Wochenende. Mit diesem Gruß und Wunsch sage ich allen Danke und wünsche Ihnen nicht nur ein schönes Wochenende, sondern alles Gute und natürlich bleiben Sie gesund. Auch von mir herzlichen Dank. Wiederhören. Danke für die Einladung.